Elternversammlung Dekan Vernon, darf ich Ihnen meine Eltern vorstellen, Leo und Ina? Ah, Mr. und Mrs. Wong. Ich bin so froh, dass wir Amy zulassen konnten aufgrund ihrer großzügigen Spende. Und was kostet der Beitritt zu Phi Beta Kappa? Wie viel beten Sie? Entschuldige meine Verspätung. Ich war noch bei einer Arbeitsgemeinschaft mit Chrissy. Schön, dass du es noch geschafft hast, Gunther. Denn zu Ehren unseres Elternwochenendes habe ich eine besondere Überraschung für dich. Mom, Dad, was macht ihr denn hier? Oh nein, das ist mehr als demütigend. Tom, do you think you might be trying to insult? Oh yeah, there's still a couple of reindeer on this one. Oh, there they go. Okay, Tom, I think we get the point. I hate Christmas, man. It's getting old. Hey, who knows? It's getting old, Matt. Your face. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.